ja hallo zusammen schön dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen video ich bin Jess und heute gibt es wieder ein neues WP Minis und zwar möchte ich euch das Plugin Pretty Link vorstellen damit kann man links so verändern dass sie über die eigene URL oder Domain eben laufen das bedeutet wenn man beispielsweise einen Affiliate Link hat dann sieht er ja nicht unbedingt schön aus der ist auch meistens ziemlich lang weil da noch ganz viele IDs hinten dran hängen und ja wenn man den jetzt zum Beispiel bei Facebook postet oder in den YouTube Kanal Beschreibung einfügt oder ähnliches ja dann sieht das eben nicht so toll aus und es klickt nicht unbedingt jemand drauf weil es einfach ja sehr kryptisch ist damit das eben nicht so ist sondern damit es wirklich ein bisschen schöner aussieht und eben auch über die eigene Domain läuft gibt es Pretty Link und das ist in der normalen Version kostenlos und das kann man so auch schon nutzen ich habe hier zwar jetzt die Pro Version aber die braucht man nicht unbedingt okay wie funktioniert das wie ein Plugin installiert wird das wisst ihr ja bereits das brauche ich nicht noch mal machen und dann erscheint hier links wenn ich Pretty Link installiert habe eben dieser Punkt und dort habe ich dann erstmal hier eine Übersicht über meine erstellten Links übrigens noch ein weiterer Vorteil den ich gerade vergessen habe zu erwähnen ist dass wenn ihr mit Pretty Link eure Links erstellt dann sehen die nicht nur schöner aus sondern wenn sich an dem Link mal etwas ändern sollte dann könnt ihr das hier in Pretty Link nachträglich machen dieser noch dieser Link der aber überall verteilt ist der bleibt jedoch gleich ja das heißt ihr braucht dann wenn ihr zum Beispiel ein E-Book habt und da Links rein packt oder ähnliches dieses nicht noch mal neu zu erstellen weil diese Links immer die gleichen bleiben nur halt hinter dem Link wird etwas verändert und das könnt ihr dann eben über Pretty Link machen das ist ganz ganz praktisch und nimmt auch unheimlich viel Arbeit weg also hier haben wir die Übersicht von den Links und dann können wir hier beispielsweise mal einen neuen Link erstellen und da geben wir einfach hier die URL ein beispielsweise Google.de oder das hatten wir gerade schon nehmen wir mal Facebook das wird in eurem Fall sicherlich dann ein Affiliate Link sein oder ein anderer Link auf den ihr verweisen möchtet dann könnt ihr hier noch hinten dran einen ein Kürzel angeben oder eben eine Bezeichnung so dass es für den Leser entsprechend gut erkennbar ist wohin dieser Link am Ende führt dann könntet ihr dem Link noch einen Titel geben und einer Gruppe zuordnen das ist dann hinterher in der Verwaltung ein bisschen einfacher und mehr braucht ihr hier auch nicht machen ihr habt in der kostenlosen Version auch gar nicht diese ganzen Optionen zumindest nur zu einem Teil hauptsächlich ist es so dass ihr hier auf Add New Link klickt dann diesen Link hier eingebt den ihr eben kürzen möchtet oder verändern möchtet dann gebt ihr hier noch eben ein Kürzel ein klickt auf Create und hier habe ich schon ersten Fehler gemacht ich habe nämlich www eingegeben aber hier muss immer das HTTP Doppelpunkt Slash Slash vor so den Punkt noch weg jetzt klicken wir auf Create und jetzt wird mir dieser Link hier angezeigt ich habe da noch mal die Möglichkeit eben diesen zu editieren das heißt wenn sich dieser Hauptlink hier jetzt ändern sollte kann ich das hier machen dieser insgesamt neu gestaltete Link bleibt aber immer gleich dann kann ich mir eben diesen Link noch löschen oder zurücksetzen die Klicks angucken und das ganze twittern per E-Mail wie gesagt da weiß ich jetzt nicht genau welche Funktionen noch in der kostenlosen Version sind das hier ist die Pro Version aber die Grundfunktionen wie gesagt gehen auch mit der kostenlosen Version hier rechts habe ich dann meinen Link den kann ich hier kopieren und wenn ich den jetzt mal hier oben eingebe dann habe ich da meine URL also creakonmedia.de schrägstrich fb wenn ich hier drauf klicke dann kommen wir zu Facebook also eigentlich eine ziemlich einfache Sache wie gesagt hier Links das sind halt diverse Pro Optionen die Klicks könnt ihr euch aber durchaus anschauen da habt ihr dann so eine kleine Statistik wie viel jetzt auf so ein Link geklickt wurde ja und das war es eigentlich auch schon also mit Pretty Link könnt ihr wirklich sinnvoll eure Links gestalten so dass ihr sie eben auch hinterher verändern könnt ohne diesen Hauptlink den ihr überall verteilt habt ändern zu müssen ja das ist wirklich sehr sehr effektiv und es sieht natürlich schöner aus als so ein ellenlanger kryptischer Affiliate Link beispielsweise also nochmal kurz zusammengefasst das Plugin heißt Pretty Link könnt ihr über die Plugin Installation suchen und dann entsprechend kostenlos installieren dann klickt ihr einfach auf Add New Link und gebt den Link hier ein ihr braucht hier gar keine großen Einstellungen vornehmen Target URL ist immer die URL auf die hinterher verwiesen werden soll also beispielsweise der Affiliate Link und bei Pretty Link da ist es eben so dass ihr hinten ein Kürzel oder eben eine Beschreibung von dem Link an einfügt so dass hier eben ja dass es verständlich ist und ihr natürlich auch wisst worum es letzten Endes bei dem Link geht das wird dann am Ende eben auch der Link den ihr dann überall verteilt wir klicken auf Create und haben den Link dann eben hier in der Übersicht und können ihn uns kopieren und überall verteilen das war's zu Pretty Link wenn ihr Fragen dazu habt schreibt sie mir gerne in die Kommentare ansonsten wenn euch das Video gefallen hat freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und wenn ihr noch kein Abonnent seid dann könnt ihr das natürlich auch gerne werden um kein Video mehr zu verpassen das war's von mir tschüss und bis zum nächsten Mal eure Jess das war's das war's ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020